Emil Heinrich Max Hödel, genannt Lehmann, war ein deutscher Attentäter und zeitweise Mitglied der SAPD, sowie Mitglied der vom Kaiserlichen Hof Prediger Adolf Stöcker gegründeten christlich-sozialen Arbeiterpartei. Leben Hödel war Klempner Geselle und stammte aus Leipzig. Er wurde durch ein missglücktes Revolverattentat auf den deutschen Kaiser Wilhelm I., das er am 11. Mai 1878 unter den Linden in Berlin verübte, bekannt. Bei dem Attentat auf den in offener Kutsche fahrenden Kaiser wurde niemand verletzt, da alle abgefeuerten Schüsse den Kaiser verfehlten und auch sonst niemanden trafen. Dieses Attentat auf Wilhelm I. löste im ganzen Reich einen Sturm der Entrüstung aus und fand ein großes Echo in der Presse, wo Titelzeilen, wie das Attentat auf seine Majestät den deutschen Kaiser sowie die Tat eines Wahnsinnigen, zu lesen waren. Hödel wurde unmittelbar nach der Tat durch Schutzmänner festgenommen und am 10. Juli 1878 vom polsischen Staatsgerichtshof wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Er wurde am 16. August 1878 im Gefängnis Berlin-Erbiet von dem Scharfrichter Julius Krautz enthauptet. Über Hödels Lebensende hieß es in der Presse, kommen Sie, sprach der Scharfrichter zu Hödel. Dieser sprang förmlich die drei Stufen zum Schafot hinauf und entkleidete sich oben seines Rocks und Weste. In diesem Augenblicke ertönte das Amensünder Glöcklein in der Anstalt. Mit unbeschreiblicher Frechheit blickte Hödel nach diesem Glöcklein hinauf und lächelte höhnisch den Anwesenden zu, dann warf er die Hosenträger ab, konnte aber einen Knopf des Oberhemdes nicht lösen, worauf einer der Scharfrichter gehülfen ihm dasselbe von hinten her herunterzog, so dass der Oberkörper bis über die Brust entblößt war. Die Scharfrichter gehülfen schnallten darauf den Verbrecher an Armen und Füßen fest und legten den Kopf in den Einschnitt des Blockes mit dem Gesicht nach unten, indem sie den Hinterkopf mit einem Handbreitengurt festschnallten, so dass der Hals frei lag und der Delinquent den Kopf nicht bewegen konnte. Jetzt öffnete der Scharfrichter ein sauberes Futterall mit der Jahreszahl 1878 in Goldruck darauf, nahm das Richtbeil und trennte mit einem Schlage den Kopf vom Rumpf. Punkt, Punkt.